heute geht es um wordpress und das sind unsere themen wordpress das bester behelfst cms der welt wie funktioniert wordpress unser einsteiger guide einsteiger guide zu teams plugins und co was denken wir über wordpress 5.0 und gutenberg oder so verschiedene sachen schreibst mir da immer irgendwelche sachen in die ich zu beginn vorlesen soll ich denke nie drüber nach wordpress 5.0 und gutenberg damit hallo und herzlich willkommen zur 28 folge der online geister online geister hausmeistereien es ist nicht so als würde ich dem vorfeld nicht das skript zu kommen ja aber ich habe eine kontrolle oben im intro ruf nie genau rein ich überfliege die themen ist eine statistik drin die ich mir angucken sollte wo packe ich die lieder rein und habe ich meine hausmeistereien irgendwas zu ergänzen aber oben im titel ja mein gott wordpress kennt man doch weißt du noch worum es in der letzten folge überhaupt ging in einem sprachassistenten ich würde gerade magenta sagen magenta heißt das ding von der telecom genau alexa siri magenta mikey kennst du vielleicht noch mikey microft war das open source ding genau und das ist eigentlich auch so mein feedback also wir haben ich denke einen ganz guten überblick gegeben gerade auch so ein paar unbekannter damit vorgestellt einfach für die leute die jetzt da keine ahnung haben es ist ja noch eine recht neue technologie finde ich das eigentlich so insgesamt ganz gut da möchte ich jetzt uns mal so ein bisschen auch loben ja dann computer nächstes thema artikel 13 der urheberrechtsreform zur weise des geplanten urheberrechtsgesetzes verordnung innerhalb der europäischen union oder was ja auch landläufig dann gerne beschrieben wird mit leistungsschutzrecht upload filter und so weiter genau der aktuelle stand ist ja der wo in den usa das neutrale internet abgeschafft wurde aber es in der eu erhalten bleibt und in deutschland zum beispiel das leistungsschutzrecht wieder abgeschafft werden soll hat jetzt die europäische union in dem fall mal eine blöde entscheidung getroffen und gesagt leistungsschutzrecht auf eu-ebene ja warum nicht nicht warum nicht also der typ der es so vorgeschlagen hat den aktuellen gesetztes entwurf hat sich richtig gefreut da sind ja auch schon memes entstanden wie der jubelnd aufspringt als es durchgewunken wurde kurz für den hinterher vergessen wie der name heißt wird gar nicht ein konservativer politiker gewesen sein da werde ich drauf irgendwas cdu glaube ich sogar also europäische volkspartei ist das dann bei den fraktionen dort aber generell bevor wir zu oben anfangen groß rumzulässern das sind ja persönliche meinungen was steht jetzt erstmal überhaupt fest beziehungsweise was soll geändert werden leistungsschutzrecht gibt es in deutschland bereits das sagt was aus das hat verlage oder generell urheber halt mehr möglichkeiten haben ist mal gegen andere vorzugehen wenn die halt ihr recht auf werk beeinträchtigt sehen also das hat jetzt bei verschiedensten forem im internet ich habe es bei nein geirg noch ein bisschen mitbekommen auch extrem dazu geführt dass die leute meinungen sind damit sterben die memes mit tosendem applaus die sind angeblich schon zigmal gestorben jetzt wird es aber einfach nur rechtlich schwieriger weil man das eher verfolgen kann aber es war vorher auch schon aber es ist genau wieder mit der dsgvo vorher gab es die gesetzesgrundlage genauso jetzt kann es halt einfach nur teurer werden es ist das problem wenn man also ich sehe das hauptproblem dass da eine maschine sitzt der upload filter der automatisch alles scannt und der weiß nicht ist es gerade genug verändert dass es als eigenes werk zählt als parodie zählt als irgendwas oder er kennt ja die einzelnen teile die es vorher schon mal gab und sagt dann ne das darfst du nicht obwohl es rein rechtlich legitim wäre das zu veröffentlichen das ist nämlich noch der andere punkt upload filter die ja auch als zensurmaschine genutzt werden können deswegen wird es ja aktuell auch sehr sehr stark diskutiert ich habe überlegt auf was in dieser moment reinnehmen wollen du hast ja gesagt lass uns machen die Sache ist nämlich die es ist aktuell erst mal durchs EU-Parlament gegangen aber was den Gesetzesprozess angeht jetzt kommt nämlich der Trilog zwischen Ministerrat und den anderen zwei Organen also das heißt es ist noch mitten im Prozess ich würde es halt mal erwähnen dass da jetzt der nächste Schritt passiert ist und wenn wir dann was finales haben dafür vielleicht eine zweite Folge machen um mal genau anzugucken wie der aktuelle Stand zum Urheberrecht ist er hat schon sehr viel zum Datenschutz gemacht aber bei Creative Commons mal kurz Urheberrecht erwähnt mit Fokus auf Creative Commons dann damit vielleicht noch ein bisschen breiter und exakter werden was man jetzt eigentlich darf bei YouTube und dergleichen mehr da vielleicht als Hinweis ich habe bei mir auf dem Blog bei schrift-architekt.de schon ein bisschen älter aber genauso aktuell für Twitch-Streamer und so weiter auch schon mal einen Beitrag geschrieben wie die richtige Situation da ist dürfen die Musik im Hintergrund laufen lassen warum dürfen die die auf YouTube nicht laufen lassen da dürfen die überhaupt Sachen abfilmen Stichwort Let's Plays und so weiter genau solche Sachen da habe ich mich schon mal geäußert es ist immer noch aktuell sind sicher auch die Spiele-Entwicklung und eins also einfach mal Schlagwort eingeben bei schrift-architekt.de zum Thema Twitch-Stream da findet ihr auch durchaus schon was aber ich würde sagen können wir auf jeden Fall noch mal eine eigene Sendung machen du hast was kurz zu lustigen Autos rausgefunden ja die Marke Land Rover eines ja mit dem Tiger glaube ich verwandten Tieres ich will da jetzt keine Werbung machen aber die wollen halt ein autonomes Fahrzeug beziehungsweise haben schon eins aber wollen das mit Augen ausstatten also dieser Hersteller möchte autonome Fahrzeuge mit Kulleraugen ausstatten und die sollen dann halt auch in Richtung der Leute schauen also wenn ich jetzt am Zebrot-Streifen stehe über die Straße gehen möchte dieses Auto sehe und ich weiß sieht der mich oder nicht also dieses autonome Fahrzeug erkennt mich das so nicht Sensoren haben ja normalerweise nicht wie Augen dass du das irgendwie erkennen kannst wo ihn gucken deswegen sollen halt wirklich große Kulleraugen installiert werden die dann auch in meine Richtung schauen um mir dann zu vermitteln es ist gefahrenlos zu überqueren diese Straße das Fahrzeug hat mich wahrgenommen ja toll da bleiben wir dran Augen können einfach weil ganz unterhalten ja freundliche Augen können auf jeden Fall die Angst vor solchen Situationen nehmen wo man niemanden in die Augen sehen kann sind Podcasts und dazu gab es jetzt letztens eine größere Umfrage ja also letztens in Anführungsstrichen aber 2018 für 2018 du hast jetzt erst reingenommen also es ist letztens ja ich habe es jetzt vor kurzem auch erst gefunden und da wurde bei podstars.de mal rumgefragt und wie schaut es aus generell kann man sagen dass ja Podcast-Hörer zu 52,1% männlich sind also das ist sogar finde ich verhältnismäßig gleich also fast 50-50 größtenteils zu fast 75% zwischen 21 und 35 Jahren alt sind also eher jugendlicher oder wie ist es nicht best age junge junge Erwachsene genau also die Millennials sagt man glaube ich zu der Generation 35 sind keine Millennials egal Millennials aber halt tendenziell eher in ihren 20ern Anfang der 30er zu fast 90% Abitur oder Hochschulabschluss also gebildete höhere Schicht auf jeden Fall also wir haben sehr sehr kluge Leute die uns gerade hören und statistisch wenn jemand Podcasts hört dann ist das 87,2% hört ihr die sogar mehrmals die Woche oder gar täglich und etwa drei von vier spulen Werbung in Podcasts auch nicht vor sondern hören die sich bewusst an das ist für Werbung machen natürlich relevant aber es wird bewusst gehört da würde mich interessieren wie die Frage formuliert weil wenn ein Podcast den ich höre Werbung beinhaltet dann würde ich nicht sagen ich ihn bewusst anhöre ich spule sie einfach nur nicht vor weil ich nicht weiß wie lange die Wende ist dann verspule ich vielleicht irgendwann was ich nicht hören möchte was ich wieder hören möchte vor einfach wenn ich gerade beim Sport einen Podcast höre in Werbung kommt das Gerät rausholen aktiv vorstellen wieder wegstecken und weitermachen ist mir eigentlich meistens ein zu großer Aufwand da höre ich dann halt die Werbung mit ich habe auch überlegt ob das der Hintergrund gewesen sein könnte Details gibt es aber verlinkt bei uns in den Shownotes zur Folge es wäre online-gaster.com schrägstrich Folge 028 da finden sich dann auch die Formulierungen sowas wir verlinken euch da dann das Ganze auch direkt immerhin 93% akzeptieren die Werbung in Podcasts damit die Kosten frei bleiben können also die Podcasts nichts dagegen weil die meisten nicht stören ist es entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende da kann ich es ignorieren dann unterbrichst den Rehsefluss nicht oder bei einem wunderschönen Podcast Talk ist Jericho vom Wrestler Musiker Entertainer Chris Jericho der baut immer so unterhaltsam ein die Werbung ja es ist man kennt Chris also ja aber rein statistisch geschlechtlich soweit ausgeglichen bisschen jünger gebildet häufig wird das Ganze gehört und die haben Gegenwerbung das einzuwenden also insofern wir können euch jetzt ihr schlauen jungen attraktiven Menschen da draußen mit Werbung schallen nicht gefragt davon gehe ich jetzt einfach mal aus dass unsere Hörer auch total sexy sind nein aber jetzt Scherz beiseite so als Statistik an sich als kurze Studie mal ganz nett apropos attraktiv und sexy wir haben ein neues Logo und die Website ist im neuen gewandt ja Ogi darf sich freuen also ich meine unser Maskottchen ist weiterhin dasselbe das raved so schön vor sich hin das ist man so gut im Radio ja aber wir haben ja auch einen Livestream da kann man den Ogi kurz mal sehen aber genau wir haben eine neue Website beziehungsweise auch neues Design also ich habe ein komplexes Rebranding betrieben habe mir den nicht um die Ohren geschlagen elegantem Zernober und Schiefer man sagt auch Rot und Grau dazu ja klingt doch schön ja für mich war es so ein so ein Königs fast schon künstliches Rot mit dem dezenten Grau ich passe auch gerade nochmal mit auf ich habe auch große Unterstützung gehabt beim Logo Design also vielen vielen Dank an Laura Sandra und Markus dafür sieht wirklich sehr hübsch aus das sind auch Mediengestalter als du gesagt hast dass die Website so ein Kacheldesign würde dachte ich ja dann wird es alles so unregelmäßig und ganz komisch aber es ist eigentlich ganz gut gelungen man kommt fühlt sich da gut durch insofern auch an euch da draußen schaut doch mal vorbei online-gaster.com und hinterlasst uns eure Meinung die Suchfunktion habe ich auch schon ausprobiert das funktioniert auch super und ansonsten hinterlasst uns da eure Meinung schickt uns eine Voicemail oder schreibt uns eine E-Mail oder bei den sozialen Medien was haltet davon yay nee sieht super aus oder was auch immer würde mich das einfach mal interessieren in anderen Neuigkeiten gibt es jetzt auf Twitter eine sogenannte Podcast-Funktion dass man seine Gedanken nicht nur aufschreiben sondern auch einsprechen kann in guter alter Diktiergerät Tradition gibt es bei Twitter den sogenannten Audio-Only Broadcast aktuell erst mal nur für iOS-Geräte also iPhone und Co eine Android-Variante also für die Android-Twitter-App soll das demnächst auch kommen ob es für Desktop also ganz normalen Club-PC auch kommen wird können wir aktuell nicht sagen ich würde es persönlich eher bezweifeln die Social-Media-Unternehmen beschränken sich ja eher auf die mobilen Endgeräte da jetzt eigentlich fast jeder ein Smartphone hat gefühle alle bis auf mich gibt es dann bei der bei der Twitter-Podcast-Funktion auch eine Begrenzung aus 280 Zeichen bei der Beschreibung für die Podcast-Version wahrscheinlich schon beim Podcast-Set wir haben aktuell noch nicht wirklich viele Informationen um da irgendwas aussagen zu können wie ob es da jetzt eine Begrenzung gibt was zum Beispiel Aufnahmezeit angeht ich bezweifle es irgendwo okay dann bleiben wir auch da dran seit letzter Folge sind ein paar Quickies erschienen du hast was erzählt zu Lennart Fintech und Cheesy Origins das sagt mir alles nichts ja genau wenn ihr reinhören möchtet dann einfach einschalten also das ist halt der Titel ich habe mich mit Lennart unterhalten und das waren halt unter anderem auch so Themen gewesen und ich habe mich auch mal mit Lydia unterhalten zum Thema Sonntag Tag der Entspannung oder Tag der Selbstoptimierung entspannt danke für die Überleitung wird es immer wenn ich Stevie Wonder höre talentiertesten Sonnenbrillenträger der mir jetzt gerade da einfällt und ich habe keinen Bezug zum aktuellen Thema gefunden ich mag einfach nur das Bass-Lick was am Anfang kommt Stevie Wonder I Wish I Wish von Stevie Wonder beim Radio Podcast Online-Geister und nach den ausschweifenden Hausmeistereien sind wir Online-Geister Thema der Sendung beim diesmonatigen Thema beim aktuellen Thema angekommen weil dieswöchige am heutigen Thema zum Ausschweifen fand ich die Hausmeistereien aber gar nicht war auf jeden Fall viel dabei was untergebracht haben aber es sollte jetzt ausführlich um WordPress gehen die WordPress wollte ich gerade sagen aber vermutlich abgeleitet von der Druckerpresse nur halt für das Internet genau WordPress oder wie ich es gerne nenne das beste Behelfst-CMS der Welt darum soll es gehen ich denke mal der eine oder andere wird sich schon mal davon gehört haben mindestens als Begriff vielleicht mal in Tristans Richtung jetzt geschaut sagt dir WordPress was ich kenne es hauptsächlich als Blog wie sagt man dazu Konstrukt als Software Engine für Blogs auf dem man Sachen also wir laufen der Online-Geister.com ist ja ein WordPress Blog viele Zeitungen benutzen den für ihre Artikel aber auch ganz viele Privatleute die das hobbymäßig betreiben ziehen über WordPress ihren Blog auf wo sie regelmäßig Sachen veröffentlichen und wahrscheinlich nicht wie bei Blogspot oder Tumblr vorne auch in der Adresszeile eben Blogspot.dername.de oder sowas sondern du hast halt kannst dein klar deinen direkten Namen wählen wie Online-Geister.com zum Beispiel und das so Designen so erstellen wie du es haben möchtest genau so kenne ich WordPress das stimmt auch alles und WordPress selbst ist entwickelt worden als Open Source Entwicklergemeinschaft von Matthew Mullenweg ein US-Amerikaner also Web-Entwickler aktuell in San Francisco beheimatet und der hatte das dann eben auch als Open Source Entwicklergemeinschaft online gestellt und da ist schon der erste Punkt also WordPress gibt es zweimal zumindest populär einmal erreichbar unter www.wordpress.org und nur mal kurz für die Schreibung W-U-R-D-P-R-E-S-S also ganz normal geschrieben keine Kürze oder sonst was einmal .org da gibt es die WordPress Software zum Download und dann gibt es WordPress.com das ist einfach nur ein kommerzieller Anbieter basierend auf WordPress also diese klassischen Homepage-Baukastensysteme das ist so der das merke ich auch bei meinen Kursen ich habe jetzt witzigerweise gerade diese Woche erst Montag bis Mittwoch zum Thema WordPress Marketing nur ein Zufall im Kurs gegeben in dem Fall ist das wirklich mal ein Zufall da könnte ich sogar ich dachte das ist extra gemacht um mich nochmal vorzubereiten auf die Sendung nee das ist mir wirklich erst diese Woche auch aufgefallen ich habe dann aber in dem Kurs auch drauf hinweisen können übrigens nächste Woche da kommt dann unsere neue Podcast Folge auch zum Thema also wenn ihr noch mehr hören möchtet ich schicke euch ja eh eine E-Mail mit E-Book und allem drum und dran dann könnt ihr da nochmal reinhören und da kann man aber auch wieder dieses Thema auf WordPress diese Irritation okay muss ich mich jetzt bei .com anmelden oder wie war das nochmal so ein hin und her oder ich installiere mir so ein WordPress das ist ja auch so eine Sache wenn ich jetzt onlinegeister.com nehme als Beispiel das ist ja eine eigene Adresse da ist WordPress drauf installiert einfach als ich sag mal Betriebssystem für die Webseite und da habe ich auch mehrfach so ich frage also muss ich mich jetzt bei WordPress.com oder bei .org anmelden wenn ich darauf zugreifen möchte nee in dem Fall muss ich dich bei onlinegeister.com anmelden und das verursacht bei vielen Leuten wohl schon Irritationen aber vielleicht erst mal kurz für die Übersicht Behelfs CMS CMS steht für Content Management System ist das so selbsterklärend wie es klingt also man managt man verwaltet den Inhalt den man da hat ja das ist genau das also in dem Fall es ist ziemlich straightforward CMS und warum ist es ein Behelfs CMS meiner Ansicht nach weil WordPress kein natives CMS ist es ist ein Blogsystem es ist nicht als inhaltliches Verwaltungstool gedacht das kennst du ja vielleicht wenn du irgendwelche Buchhaltungssoftware sonst was hast die ist ja für manche Sachen gut geeignet für andere Sachen aber nicht und ein CMS bedient sich es eigentlich dafür gedacht eben Inhalt zu verwalten also zu katalogisieren zu kategorisieren all sowas und solche Baumdiagramme schön aufzumachen von der Struktur das kann WordPress zwar auch aber nicht so richtig genau auch wie WordPress ja auch gerne für Online-Shops verwendet wird da also sagen wir mal so viele Leute machen das gerne ist die dann einfach über WordPress da gibt es auch verschiedene Plugins das Ganze auflegen aber das halt auch wieder macht WordPress ja nicht zu einem Shop-System da gibt es ja wieder andere Anbieter als Open-Source-Angebot übrigens dort Press da Shop das ist wirklich ein ganz klassisches Online-Shop-System und das ist ja WordPress auch nicht kann es nicht sein will es auch nicht sein aber wird halt gerne dafür benutzt also deswegen halt behältst CMS weil es dafür eigentlich nicht gedacht wurde aber halt gerne genutzt entwickelt wurde genau entwickelt wurde ich habe es heute ein bisschen mit Wortfindung aber es wird halt gerne dafür verwendet übrigens auch die Zahlen das W3-Konsortium also die World Wide oder die Foundation also World Wide Web Foundation die W3-Stiftung also eine der grauen Eminenzen die das Internet mitverwalten also die Standards die im Internet angewandt werden die haben halt auch verschiedene Statistik-Bereiche bei sich und da gibt es auch eine Übersicht und so plus minus rangierter WordPress bei den Software-Verwaltungssystemen CMS wie auch immer du zusammenfassen möchtest aber etwa zwei Drittel also 60 plus Prozent aller weltweit erfassten Systeme sind WordPress dann kommt halt lange lange nichts und dann hast du was wie Typo3 Drupal Joomla das sind klassische CMS-Systeme die können halt hervorragend mit solchen Ordnerstrukturen zum Beispiel arbeiten und dafür ist WordPress einfach nicht gedacht deswegen halt behelfst CMS jetzt auch gleich erstmal so eine allgemeine Übersicht okay du willst jetzt verschiedene Unterthemen ausmachen so wie funktioniert WordPress und da wollen wir einen kleinen Einsteiger-Guide anbieten der klingt für mich auf erst mal sehr technisch also CSS HTML PHP MySQL HTML kenne ich okay das ist so für mich also es ist nicht so ein Webseiten-Programmierstandard wie Webseiten aufgebaut sind mit nein also kleiner gleich B größer gleich größer ne also du arbeitest mit eckigen Klammern die auch für größer und kleiner als stehen das stimmt aber es ist keine Programmiersprache da muss ich jetzt leider klug scheißen es ist eine Auszeichnungssprache also mit HTML kann ich nichts programmieren also nichts funktionstüchtiges erschaffen ich kann es nur hübsch anmalen das ist es im Grunde okay aber vielleicht mal für die Übersichten wir können es jetzt natürlich nicht wunderbar erklären einfach mangels der Zeit aber WordPress selbst basiert auf PHP als Programmiersprache nur mal als Beispiel mit PHP kann ich so ganz einfache Sachen machen das habe ich auch bei verschiedenen meiner Websites dass ich halt im Quellcode sowas angebe wie gib mir die aktuelle Jahreszahl so Copyright by solche Sachen und dann gib mir die aktuelle Jahreszahl aus dass man das nicht immer händisch und mir einpflegen muss das ist eine Funktion und das kann ich mit PHP machen das kann ich nicht mit HTML machen PHP muss ich daran denken als ich in der Mittelschufe im Prinzip war was populär sich auf irgendwelchen Seiten so Forum Profi ein Forum zu machen da war immer irgendwo PHP mit drin das ist so ein privates Forum die erstellen konntest mit Themen Unterthemen Bereichen hier redet man über Filme hier redet man über Dinge was man heute eher so als wo man eher ein Discord Server aufmacht war dann früher okay ich melde mich hier an und kann mein eigenes Forum aufmachen Leuten den Link geben und mich zum Forum anmelden ich meine da kam irgendwo PHP im Dingens vor ja PHPBB also PHPBB das ist eine Forensoftware ah genau ja dann war das das aber es ist PHP mit drin weil es eben halt auch darauf aufbaut vielleicht könnten das noch erst Leute kennen weil das zu meiner frühen bis mittleren Jugendzeit relativ beliebt war sich da irgendwie zu treffen und auszutauschen in solchen selbst erstellten Foren ich meine wer alt bist du jetzt äh 26 statistisch sind ja unsere Podcast-Hörer zwischen 21 und 35 ja insofern könnte das auch noch deine Generation da sein ähm aber ich hab sogar noch ein so ein Forum im Forum liegen was keiner mehr nutzt dann würde ich das vielleicht mal löschen aus Sicherheitsgründen nicht dass dann irgendjemand darauf zugreift aber okay das ist wieder Datenschutz Datensicherheit das wird automatisch irgendwann gelöscht wenn keiner mehr darauf zugreift aber ja nochmal also Programmiersprache ist PHP die Datenbank ist dann MySQL wie funktioniert das Ganze in ähm PHP werden halt die ganzen Funktionen ähm ausgibt vielleicht zum Vergleich wenn man sich ein Auto vorstellt PHP ist die Maschine ist der Motor MySQL ist der Treibstoff HTML ist die Karosserie oder die Innausstattung die Holztäfelung oder sowas und CSS haben wir noch nicht erwähnt äh CSS das ist so eine ähm Standardisierungssystem also ähm generell CSS steht für äh ne Cascading Style Sheet also dort kann ich zum Beispiel festlegen äh Überschrift der Kategorie 1 soll so und so groß sein in Pixel soll fett sein Times New Roman unterstrichen Überschrift 2 halt anders okay ich dachte was wäre mit HTML gemacht ähm das ist eine direkte Verknüpfung also rein funktional PHP ist der die Programmiersprache auf der äh WordPress basiert in MySQL werden dann die ganzen Inhalte zum Beispiel wenn wir äh die Shownotes zur Sendung machen was ich da tippe das wird in der MySQL Tabelle gespeichert äh 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 die Bilder wiederum werden mit PHP verknüpft halt auf dem Server gespeichert und ähm wenn wir uns jetzt mal irgendeine Sendung anschauen über HTML äh laufen dann diese ganzen Auszeichnungssachen also das Layout quasi und CSS ist so ein Standardisierungsding dass ich jetzt zum Beispiel nicht jedes Mal wenn ich einen neuen Artikel erstelle ähm festhalten muss Überschrift der Kategorie 2 ist so und so groß oder Text sieht so und so aus äh sondern das kannst du halt damit standardisieren äh geht übrigens bei ähm ähm Textverarbeitungsdokumenten wie Word OpenOffice genauso kannst du auch festhalten Überschrift des Typ 1 soll so und so aussehen ja genau Typ 2 soll so und so aussehen und dann musst du halt nicht jede einzelne Überschrift also das macht in dem Fall das CSS exakt Cascading ne Style Sheet Style Sheet Hypertext Markup Language ist HTML ähm beim Rest muss ich jetzt kurz mal selbst überlegen äh weil ich halt selbst auch meist nur die Kürze verwende aber CSS HTML PHP und MySQL das sind die vier Sachen die WordPress nutzt um Webseiten zu bauen genau und wie installiere ich WordPress da packen wir euch auf jeden Fall detaillierte ähm Beiträge ähm noch mit rein in die Shownotes mindestens als Link da habe ich auch einiges vorbereitet ähm aber WordPress ist berühmt für die sogenannte 5 Minuten Installation klingt erstmal nicht schlecht es soll einfach sein also auch wenn ich das so verstehe dass unser nächstes Unternehmer was wir aufmachen WordPress als Betriebssystem ein Betriebssystem das sich in 5 Minuten installiert kenne ich nicht deswegen ist es halt auch ein sehr sehr leichtes Betriebssystem äh verbraucht etwa 10 Megabyte wenn du es in der Reihenform die erstmal installierst äh das ist sparsam ja das bläht sich mit der Zeit natürlich extrem auf denn dann kommen wir jetzt nämlich zu diesen ganzen Betriebssystemsachen ähm du hast ja dann verschiedene Zusatzsoftware wie eben Themes Plugins und vor allem halt auch Bilder Dateien und sowas die du hochlädst ähm nur mal als Beispiel wenn ich jetzt ähm meine Sicherungskopie von Schriftarchitekt mache also www.schrift-architekt.de sichere das passiert einmal pro Woche automatisiert dann ist das etwa ein halbes Gigabyte 500 Megabyte groß WordPress selbst wie gesagt etwa 10 Megabyte groß aber ich habe halt sehr sehr viele andere Seiten die Datenbank Inhalte Bilder in verschiedenen Größen und so weiter und so fort und das bläht dann wird alles miteinander alles zusammen genommen ja einfach Sicherungskopie möchte natürlich alles speichern und da wird WordPress natürlich wieder recht groß das kann WordPress handeln damit kann es umgehen aber an sich ist es halt wirklich als Leichtgewicht gedacht ich kann es wirklich ganz ganz schnell installieren da gibt es auch wieder Unterscheidungen wie das alles vonstatten geht aber auch wenn ich es jetzt ähm mit ich lade es bei mir auf den Server hoch ich muss eine spezielle Unterseite aufrufen dann kriege ich halt auch wirklich so klassisch wie man es jetzt auch bei ähm hier extra Programm also bei klassischem Programm auf dem PC äh kann ich die Dinger installiere ähm dass ich dann auch so eine Anleitung bekomme mach das und das trag das und das ein weiter fertig und dann läuft das also könnte man so wie ich jetzt die so kleine Überschrift Überschrift verstehe WordPress genau wie auch Linux oder Windows als Betriebssystem benutzen um ins Internet zu gehen Text zu schreiben auszudrücken ja also bei Betriebssystem ganz rudimentär ja also ich meine Betriebssystem ist wirklich auch in der weitestmöglichen Definition es ist ein System zu betreiben von etwas in dem Fall zum Betreiben einer Website gut also ich kann es nicht für einen Desktop-PC nur mit WordPress äh betreiben ne dafür ist es nicht gedacht das ist ja dann ein PC-Betriebssystem oder Computer-Betriebssystem hier sprechen wir von einem ja okay Server-Betriebssystem ist es ja auch nicht aber von einem Website-Betriebssystem halt oder wie du würdest sagen mit einem Telemedium ähm aber wenn ich das halt eben installiere das geht recht flink das da brauche ich eigentlich wenn ich die nötigen Login-Daten dann halt habe um zum Beispiel Sachen auf den Server speichern zu können und all sowas äh dann geht das halt wirklich recht flink und ich kann selbst auch sagen äh und das wiederhole ich auch in meinen Veranstaltungen gerne und betone das es ist das Laien- und Einsteigerfreundlichste System auf dem Markt hm na ich habe ja auch mal kurz damit äh gearbeitet als ich für dich ein paar Texte geschrieben habe habe ich das ja auch von hinten mal gesehen das sieht auf jeden Fall so übersichtlich und zugänglich aus das sogenannte Backend übrigens da kenne ich Schlimmeres da gibt es auch viel viel Schlimmeres also ich habe auch mit Joomla und Contaro schon gearbeitet und das sind Bias-Systeme äh ja das geht wesentlich einfacher und das Frontend kann man sich dann wie man möchte anpassen mit der anderen Plugends Themes ob man jetzt Kacheln haben möchte eine lange Liste haben möchte wie die Seite eben aussehen soll genau entweder kann ich das halt über Themes also Layout Vorgaben machen wenn wir uns da jetzt wieder die Online-Gaster anschauen äh das Theme ist dann wirklich dieses gesamte Layout der Seite die Darstellung die Effekte die da kommen also wenn ich auf den Hyperlink draufgehe dass eine Unterstreichung als Animation kommt und nicht sofort beispielsweise oder wenn ich jetzt hier auf den auf den Suchbefehl gehe also kann ich das Theme zum Beispiel halt auch anpassen weil die Darstellung hier halt auch nur wieder eine Ansammlung von HTML Elementen ist also nicht nur von HTML also dieser Effekt hier zum Beispiel das ist es jetzt nicht ähm aber das sind halt alles Layouts Sachen und Plugins wiederum kannst du dir so vorstellen wenn WordPress äh ein Smartphone Betriebssystem wie Android ist äh ist das Theme einfach ja das Skin das Layout die Optik so wie es für dich aussehen soll genau äh kennt man ja auch vom normalen PC da kann ich ja auch alle möglichen verschiedenen Darstellungen Hintergrundbild Größe der Desktop Symbole wirklich die klassische Ansicht das klassische graue Windows Ding ganz haben oder das moderne neue blaue oder Windows XP das bunte äh das sind halt Layout Elemente äh und um beim Smartphone Beispiel zu bleiben äh die Plugins wären ja quasi Apps die ich darauf installiere kleine zusätzliche nützliche Programme und da gibt es äh Plugins aktueller Stand ich guck mal selbst kurz also mit Stand vom wie viel haben wir heute im 21. September um 16.51 Uhr äh gibt es im Office 10 Repository ähm 56.000 und 46.000 46 Plugins 56.000 plus Plugins gibt es für WordPress da da für bestimmt jeder etwas was für seit Internetseite relevant sein könnte und da vielleicht nochmal für eine kurze Übersicht ich gebe jetzt mal den Supergif Snow ein ähm allein hierfür hat er mir zwei vier sechs acht zehn zwölf mehr als ein dutzend snowflakes add nice looking big animated snowflakes to your WordPress site and enjoy winter and christmas einfach große animierte schneeflocken du kennst ja Websites auf denen es im Dezember schneit ja ganz schnell wieder weg genau und da gibt es allein bei WordPress wie nennt man das optisch laut ja und da gibt es aber auch bei WordPress schon dutzende dafür allein ob das immer sinnvoll ist oder nicht ich suche mir das als Beispiel mal aus auf jeden Fall ich kann es persönlich nicht empfehlen weil es einfach auf den Arbeitsspeicher geht da warne ich auch wirklich davor aber das sind solche Elemente genauso auch gibt es E-Commerce Plugins wenn ich mal ein Shopsystem bauen möchte da sind zwei populäre WP E-Commerce und WooCommerce und zum Beispiel gibt es da auch schon wieder Spezialisierungen es gibt zum Beispiel WP Pizza okay kannst du dir wahrscheinlich vorstellen was das dann sein dürfte eine Pizza also E-Commerce für eine Pizzeria ach so ja ich kann mir ein Pizza Online-Shop speziell dediziert darüber erstellen lassen wo dann eben sowas wie Durchmesser Blag und sowas als Auswahlmöglichkeit dabei ist Lieferzeit sowas in diese Richtung gerade das Knoblauch also selbst solche Spezialisierungen gibt es und natürlich auch Podcast Plugins die für uns dann natürlich wieder als Radio Podcast einfach ein Audio Player direkt im Blog eintragen genau apropos Audio wenn das im nächsten Lied ich habe hier auch wieder keinen Übergang außer dass diese Band das letzte Mal in der allerersten Folge aufgetaucht ist von Online-Geisten es ist so lange schon her ja mit The Road sie reden über die Straße denn sie leben die Straße es ist Tenacious D mit The Road und wir sind zurück bei den Online-Geistern hier auf Radio Korax und Online-Geister Punkt was gibt es abschließend noch zu WordPress zu sagen und wie ist da der Blick in die Zukunft aktuell ist WordPress in der Versionsnummer 4.9.8 also man merkt WordPress nimmt sich Zeit mit neuen Versionsnummern im Gegensatz zu Systemen wie zum Beispiel Google Chrome die ja aktuell schon bei Version 50 sind Firefox weiß ich gerade gar nicht die machen ja auch keine Kommazahlen mehr einfach nur zack 37, 38, 39 eigentlich noch nicht mal unbedingt also Firefox die haben sich jahrelang auch Zeit gelassen aber dann kam halt Google Chrome und die haben mal versucht ganz ganz schnell eine hohe Versionsnummern zu erreichen so nach dem Motto wir konkurrieren halt damit sagen wir wir sind aktueller weil wir ja schon auf der Version 38 sind die sind ja nur bei der 35 aber WordPress ist demnächst erst bei Version 5.0 das hat aber auch eine Weile gedauert also Version 4.0 ist glaube ich ich weiß gar nicht mehr aber schon Jahre alt also das dauert auch wirklich bis da eine neue Ziffer vor dem Punkt kommt ich frage ist es nötig also es funktioniert auch eigentlich gerade gibt es Funktionen die du dir noch wünschen würdest oder Sachen die stören die weg können es gibt so ein paar Funktionen die ich mir auf jeden Fall wünschen würde was ich bei WordPress generell sehr so gut finde es ist halt habe ich schon gesagt ein sehr einschlagefreundliches System es ist verhältnismäßig übersichtlich und für Bloggen natürlich perfekt geeignet also wenn ich halt eben Inhalte erstellen möchte diese verbreiten möchte und verteilen möchte ist es super es ist auch wirklich intuitiv zu benutzen und viele Dinge nimmt mir WordPress sogar schon direkt ab also nur mal als Beispiel wenn ich jetzt bei den Online-Geistern irgendwas eingeben möchte auf irgendeine Unterseite kommen möchte die einen Unterpunkt darstellt habe ich bei Schriftarchitekt zum Beispiel ihr könnt es ja gerne mal austesten schrift-architekt.de schrägstrich Impressum dann kommt ihr nicht direkt aufs Impressum sondern werdet weitergeleitet auf schrägstrich Kontakt schrägstrich Impressum also WordPress kann da mitdenken und leitet mich nicht auf eine Fehlerseite weiter sondern guckt erstmal sich durch und findet es gibt eine Seite die heißt Impressum was könnte gemeint sein kann die sein und dann werde ich weitergeleitet solche Elemente finde ich zum Beispiel ganz praktisch oder auch wenn du Kategorien erstellst haben wir ja genauso auch bei uns bei den Online-Gasten haben wir auch verschiedene Kategorien für unsere Sendung das sind ja Netzkultur Social Media und PR genau sagen wir das noch und wir haben dann auch nochmal die Quickies als letzten Punkt und das sind halt einzelne Kategorien für den Blog also eben unsere Rubriken und wenn ich halt jetzt zum Beispiel über Netzkultur noch was wissen möchte dann kann ich mir den RSS-Feed dafür abonnieren weil WordPress das Ding automatisch erstellt also für jede Kategorie macht der automatisierten RSS-Feed das ist praktisch ja wirklich praktisch finde also solche Kleinigkeiten die ich halt einfach angenehm finde weil da WordPress automatisiert auch mitdenkt und ich nicht an alles selbst denken muss das hatte ich bei Joomla zum Beispiel da musste ich jeden Scheiß zusätzlich installieren tja also wenn ich nicht dran gedacht habe Pech gehabt also es hat schon seine Gründe dass es so weiter weiter ist ja dann nimmt mit WordPress auf jeden Fall vieles ab und ab 5.0 kommt auch Gutenberg deswegen macht das nämlich auch Sinn dass die deine neue Versionsnummer davor setzen hat das was mit dem Projekt Gutenberg zu tun die verschiedene ja Werke wo die Urheberrechts Dingens Anspruch abgelaufen ist online stellen zur freien Verfügung ich glaube du meinst Gutenberg kann gut sein ja Gutenberg der Buchdruck also es gibt das Projekt Gutenberg bei Spiegel genau da werden ja so alte Texte jetzt mal Originalfassung von Faust und sowas zum Lesen nachgestellt es gibt ja das Gutenplug Wiki oder Vroni Plag das sind ja diese Sachen aber die haben damit nichts zu tun in der Fall geht es wirklich um Gutenberg mal ja im WordPress schreiben und so weiter hat man sich einfach diesen Namen rausgesucht was macht Gutenberg das ist ein neuer Editor also da wird sich einiges ändern du kennst ja vielleicht noch diesen alten das ist ja so mehr oder weniger wie so ein klassischer Texteditor genau so Optik also wenn man OpenOffice oder Word kennt dann findet man sich da auch sehr schnell zurecht genau das wird jetzt aber leider ein bisschen anders werden also du kannst soweit ich weiß immer auch wieder auf den klassischen Editor zurück dich entscheiden also da wird es dann auch sicherlich verschiedene Plugins geben jetzt ermöglichen aber ab Version 5.0 kommt dann der Gutenberg-Editor der mit ich sag mal Kacheln arbeitet also du kannst dann sagen ich möchte zum Beispiel diese Seite teilen ich möchte einen linken Bereich dort soll Text sein rechte Hälfte da soll dann ein Bild sein ich möchte was anderes einbettet ich möchte vielleicht zweispaltigen Text haben vergleichbare Elemente ich habe schon mal ein bisschen rumgetestet es ist am Anfang halt etwas gewöhnungsbedürftig ich arbeite seit 2011 komplett mit WordPress die ganzen Jahre da hat sich da niemals was geändert insofern ist das schon ein bisschen man muss etwas umdenken aber es kann gut werden zumal es eben auch sehr sehr viele Plugins gibt das sind dann sogenannte Visual Builder da kann ich Moment Visual Builder Build also Bauen ach so ok visueller Bauer ich überlege gerade also kann ich mir halt eben Dinge vielleicht vergleichbar mit PowerPoint oder sowas kannst du auch frei auf der Fläche Dinge platzieren wo soll der Text anfangen solche Blasen etc und das geht halt jetzt eben mit WordPress ab sofort auch diese Builder die es aktuell gibt machen halt schon sowas jetzt ist es dann aber ab der Version 5 auch nativ bei WordPress mit drin das ist so eine größere Änderung an der Zeit regelmäßig Sicherheitsupdates ist immer der kleinen Kram der übliche so ein Update bei WordPress also wenn wir es 498 auf 499 zum Beispiel haben das kommt so alle paar Monate mal also ich sehe es auch nicht dass da ständig irgendwelche Updates gefahren werden und ich habe ansonsten zum WordPress eigentlich nichts weiter zu sagen also meine Empfehlung probiere es einfach mal aus du arbeitest damit schon viel länger als ich ich habe es nur von hinten mal kurz gesehen ansonsten meistens merkt man ja auch nicht dass man gerade eine WordPress Seite vor sich hat wenn die genug hier welche Zeitungen benutzen WordPress während Internet auftritt unter anderem benutzt die BBC America WordPress die meisten großen Zeitungen haben irgendwann halt eine Inhouse-Lösung sich gebastelt aber BBC America fällt mir das gerade ein und auch diverse populäre deutschsprachige Blogs ich muss gerade überlegen hier Schlecki Silberstein und sowas ich meine die verwenden WordPress ihr könnt aber gerne nochmal uns kontaktieren wenn ihr wisst welche populären Seiten so WordPress verwenden die können wir natürlich auch gerne mal mit erwähnen das ist etwas was einem wahrscheinlich fast täglich begegnet ohne wirklich dass man wirklich weiß dass es jetzt gerade WordPress ist wenn man es nicht weiß da haben wir vielleicht einen Link-Tipp es gibt eine Seite hinsichtlich whatcms.org da kann ich halt irgendwelche Domain-Namen eingeben und die analysieren mir dann was das für ein CMS ist was dahinter steht okay ist aber auch gar nicht so schlimm wenn wir nichts mehr zu sagen haben so viel Zeit haben wir auch nicht mehr und zum Abschluss nochmal eins der noch übrigen Lieder aus dem immer noch aktuellen Diablo-Zone-Orchester-Album wir sind bei Age im Age of Vulture Culture Age of Vulture Culture von Pacifistikafs von Diablo-Zone-Orchester und wir haben mit dem Internet sicherlich einen Ort gefunden den wir zu Hause nennen können und deswegen werden wir auch noch viele weitere Folgen Online-Geister produzieren und die könnt ihr dann alle nachsehen unter www.onlinegeister.com und wenn ihr eine spezielle Folge haben wollt schrägstrich Folge und dann die Folgennummer dreistellig also für die aktuelle Folge Folge 028 da findet ihr alle Quellen alle Shownotes und alle weiteren Infos wie zu der Statistik die wir bei Hausmeister Reihen noch angesprochen haben und wenn euch gefällt was ihr hört bei onlinegeister.com schrägstrich Hilfe könnt ihr die Sendung unterstützen und euch einbringen wir sind über jede Hilfe dankbar genau kommentiert like und subscribe und vergesst die Glocke nicht das war es für heute genau Tristan hat mich gefreut das freut mich auch wir hören uns zum nächsten Mal und dann geht es um digitale Demenz hey ich weiß nicht das war onlinegeister radio bei netzkultur social media und pr von und mit Tristan Berlet und Christian Allner alle Links zur Sendung Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com 2020 dieser in der auch zum исс